Es braucht Menschen, die nicht nur für sich Verantwortung übernehmen, sondern auch für andere mit das, was sie haben und das, was sie zu geben haben. Es braucht Menschen, die diese Geschichten weitererzählen. Auch wir können Helden sein. Die Frage ist, was machen wir heute? Was machen wir morgen? Und welche Entscheidung treffen wir? Und viele dieser Flüchtlinge haben Potenzial, um Helden zu sein. Das Projekt Here is a Modern Society ist ein Musical, wo wir viele kreative Elemente verbunden haben, um eine Botschaft weiterzugeben. Es haben über 80 Jugendliche mitgemacht, über die Hälfte waren Flüchtlinge und konnten ihre Talente entwickeln in Breakdance, Beatbox, Hip-Hop-Tanz, Musik und Gesang, Rap, Bühnenbildung und Graffiti in Theater und Schauspiel. Wir haben gesehen, wie nach dieser Woche, dass sie sich zu einer Familie entwickelt haben, wo Deutsche und Flüchtlinge wieder zusammenkommen und die Unterschiede nicht mehr ganz sichtbar sind. Herr Schauspiel. Herr Schauspiel. Herr Schauspiel. Ro� pues. Kein Hitler. Ja, kein Potter» logisch und kein Potter. Untertitelung des ZDF, 2020